perfekt perfekt was meiste denn so beschissen kann sie nicht ausdenken wie wirft ihr das bitte direkt vor der nase witzig verarschen ich weiß auch gar nicht wohin wenn das Vieh kommt dann wo ist es ja ich halte ihn aus muss ich muss ihn mal in den mund treffen ok münchen auf mach den mund auf ich halte ihn aus ich halte ich halte muss sein oder eben 3 oh ein safe room kann man was weg tun akku brauchen wir den für irgendwas ich weiß nicht wo kam der für die elektronische schlösser in der kanalisation da kommen wir da durch ok das kann aber weg das heißt dann aber willkommen bei den granatenwerfer wieder wir haben echt nicht so viel platz brauchen wir so ist doch die granatenwerfer das ist noch ein dokument wie nachfühlen gekauft wenn der granenwerfer ist ja das wissen wir grundsätze viel sowas tagebuch haben wir ja noch ja das finde ich ja toll dass es neue zombies gibt ja nicht so ähm was kann ich denn weg legen verstauen wir das erstmal so so dann verstauen wir den hier die nehmen wir erst raus wenn wir wieder platz haben so jetzt speicher ich mal das ist nämlich gut ja da ist doch das dritte vieh voila was speichert ne ich war gerade aus spiel graus ich nehme mal brandgranaten das sein dass wir das mal gucken ob das oder war noch zwei in reserve dünn ich teste mal aus ob das besser ist gegen die oder nicht i don't know guten tag wir kommen jetzt da wow eine hat schon gereicht okay diese nice muss man wissen ich war mir noch nicht ne stimmt wir haben ja unter was leidet hier gesperrt man sein wahrscheinlich das ist das ding kann aber jetzt auch nicht ab machen mal auf gut dass ich das teil genommen habe jetzt können wir hier aufsperren jetzt kann man das teil wieder nehmen oder ist dass wir zu aber wir kommen ja da wieder raus dann kann man das da wieder einsetzen aber hier war mal eben schon mann ich leite nur unter lassen ok wir haben wir scheinbar noch nicht gott tasche nice nice springstoff arm was ist das da schießpulver ist doch nix ach so ok hier musste ich noch gar nicht hin sondern woanders ok dann her mit dem akku hat tatsächlich noch platz dann gehen wir da runter ich behalte mal das so ich kann mir gut vorstellen dass es wieder so viel kommt ach da müssen wir hin was ist jetzt los so ein akku da ich weiß nicht ich weiß nicht wenn ihn los super die u-bahn ist bereit wir hauen ab sobald du zurück bist ok ich bin erschrocken auch mir kein bossfall ich glaube wir müssen abhauen okay ist das safe raum alles her damit ich weiß gar nicht ob das den ausnockt schlau aber nicht exklusive granaten ok hey das kann man weglegen falls wir was finden schon ach so ist aber sonst nix ne und tach Ja! Was läuft denn noch? Guck mal! So! Okay, die sind clean! Ähm! Hinter mir ist alles... Ich muss hier raus! Schnell! Kann brennen. Oh, der ist hinter mir glaube ich. Ja, da ist er. Wovon hat er einen Flammenwerfer? Auf den geht's nicht gut. Das Shop denke ich jetzt nicht so gut. Äh... Ja, 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 ja. Ich bleibe schon mal. Gibt's leider nichts. Dann heißt es wohl... Ist das hier keine Zombies? Äh... ... 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 Das ist ätzend. E wechseln. Oder? Ne, lass mal bei Brandgranaten bleiben. Das soll ja brennen. Okay, los geht's. Und wie ist das Teil da eigentlich? Muss ich auch irgendwo rund haben. Wo ist er? Nein, nicht. Junge, ich hasse den. Was für ein Pisser. Okay, los geht's. Vielleicht kann ich seinen Tank treffen. Oh wow, der ist direkt hier. Junge, nicht verarschen. Wo soll ich hier hin? Ich bin hier eingekesselt. Das ist so ein Spack. Oh nein. Mieser. Komm, Feuer ab. Komm, Feuer ab. Was ist der ätzend? Ist der am Boden? Warte. Jo. Jo. Es hat immer zu viele Sachen dabei. Aber okay. Ich beschwere mich nicht. Ich hab ja in der eigenen Situation nicht gut gemacht. In der einen. Ich hab ja auch noch offen von der Pistole. Au, 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 weg, weg, weg. Im Surge-Misto. Kinderfreundlich an. Die Geräusche. Haben wir das auch geschafft. Ich hoffe, wir sehen den Ese noch mal. 100%ig sehen wir den noch mal. Das ist wahrscheinlich am Schluss noch. Fahr da ein Auto. Komm, spar dir das. Ich habe getan, was nötig war. Ich weiß und danke. Die U-Bahn ist abfahrbereit. Beeil dich. Das ist hier irgendwie was. Nein, kann man nicht wieder. Okay. Polizei. Ist da irgendwo eine Polizeiwache, so viele Warten? Okay, kann man. Oh. Natürlich da, wo wir hingehen. Guck mal, hier ist gar keiner. Aber da, wo wir hingehen, sind Zombies. Wer hätte es gedacht? Scheiße. Der steht auch wieder auf. Die Fahrrad entzündbar. Der Jute. Jute. Da. Selbst ist was. Zu. Sehen. Ich könnte nochmal reingestochen. Äh, was? Okay. Bleib liegen. Bleib. Bleib. Lügen. Bleib. Ich war noch nicht tot. Das ist auch eine selbe Methode, was ich hier mache. Warte. Hey. Hallo. Hey, ich konnte gerade nichts nutzen. Äh. Kann das sein, dass wir hier hier sind, dass wir hier aus dem ersten Teil. Scheiße. Wo soll ich das? Warte mal. Ich könnte Dings kombinieren. Mal so einfach. Ich weiß, wo wir sie sind. Alter. Ja. Wie das alles miteinander verbunden ist, ne? Aber so sparen sie sich auch. Das ist eigentlich schlau gemacht. So sparen sie sich, äh. manches an Grafik Design. Das ist echt schlau. Aber wir kennen uns ja hier aus. Aber. Scheiße. So kommen wir hier nicht durch. Na, hier waren wir Wie war mit der einen Frau Zwischenstück, wir hatten die war auf die Baustelle und so. Ob wir dann Ey, kann ja nicht sein, wer soll uns dann selber treffen. Hey. Na. So. So. Wir müssen ein Lager finden. Das können wir natürlich hier mit kombinieren. Das geht klar, aber Wir müssen hier nicht so viel. Das können wir damit stecken. Nein. So. Da ist das. So. Ah. Den kennen wir ja aus. Den ersten. Sorry für den Schrecken eben. Wusste ja nicht, was mich erwartet. Der mit seinem Zombie-Kind. Wir benutzen die U-Bahn, um Leute rauszuschaffen. Bist du dabei? U-Bahn? Nun. Gute Idee. Wenn wir draußen sind, gibt's viel zu tun. Wir brauchen jemanden wie dich. Hm. Was ist? Das ist vorher passiert. schlechtes Timing. Hör zu, ähm, sorg dich nicht um mich. Ich bin schon einen anderen Weg, okay? Das musst du. Du bist hier der beste Waffenschmied. Ach, nein. Mach keine Dummheiten. Oh, das, das ist dein Job, was? Mach's gut. Ah. Wenn du zur Situation willst, nimm am besten die Reisengasse vorne beim Laden, okay? Äh. Äh. Äh, wenn ich schieß, waffe, tu mein Weg, verstauen. Leere mir ein bisschen. Ja. Ja, ich hab's schon gesehen, ich hab's schon gesehen. Ich nehme aber erstmal hier Sachen mit, die hier oben liegen. Okay, hier hat man ja alles. Sonst hat man alles. So. Die können wir auch eigentlich gradieren. Aber verstauen die auch. Oh, ich will das nicht brauchen. Das hier, keine Ahnung, vielleicht brauchen wir... Ah, warte mal. Kommen wir hier. Ah, okay, jetzt braucht es zwei Slots. Schade. Das ist natürlich scheiße. Wir müssen aber auch jetzt bei uns. Schluss, Mann. Wie komme ich jetzt... Ach so. Ich muss gar nicht nach hier, okay. Ja, ja. Ich muss hier lang. Oh, hier machen wir halt direkt mal den hier. Das bringt irgendwie gar nichts. Wie fällt denn aus? Sag doch mal. Ich muss hier ... Vielen Dank.